Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 139, Vers 13 und 14 da steht, Denn du bildetest meine Nieren, du wurbst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Erkenne, dass du auf wunderbare, erstaunliche Weise gemacht bist. Einzigartig und ein Original. Und deshalb, weil du so wunderbar gemacht bist, wird er dir auch seine Gnade erweisen und dir helfen und dich nicht versäumen oder im Stich lassen. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich ermutigen. Die Adventszeit hat begonnen und darüber möchten wir reden. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswert.de, im Chat oder am Telefon, heute bis 13 Uhr. Ja, schon wieder geht es Richtung Weihnachten. Wir haben den ersten Advent überschritten und da heißt es im Wort Gottes, Advent, die Ankunft des Königs und wir lesen da in Offenbarung 1, Vers 4, Ja, der da war, das wissen wir, das ist Geschichte, das können wir in der Bibel lesen, in Geschichtsbücher, das können wir dort lesen. Aber es heißt auch Friede von dem, der da ist. Ist, ist heute. Er ist der, der Friede dir gibt, der Friede fürst. Er ist der für heute. Aber nicht nur für heute, sondern auch für den 2., 3., 4. Advent, für das neue Jahr und für die ganze Zukunft. Der da ist, der da war und der da kommt. Es ist so wunderbar, dass wir unseren Gott haben dürfen. Und er ist für dich da. Er war für dich da. Er ist heute für dich da. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist. Herr, ich danke dir dafür, dass dieser Friede, der in dieser Zeit eine ganz, ganz große Bedeutung hat, von dir kommt und dass wir in diesem Frieden, auch diesen Tag durchleben dürfen, dass wir diesen Frieden haben dürfen, aber auch, dass wir bereit sind, diesen Frieden, deinen Frieden zu bekommen. Danke. Amen. Ja, und wir wünschen jedem Einzelnen diesen wunderbaren Frieden, auch wenn du gerade in Not bist oder in Sorgen bist, Gottes Friede in deinem Herzen. Das ist eine wunderbare Sache, wo wir uns immer wieder auch stärken können. Und eine Frau schreibt uns per E-Mail für ein Gebet. Ich bitte den Herrn, meinen Rücken vollständig zu heilen. Er wurde schon einmal operiert. Ich habe immer noch Schmerzen. Auch bitte ich Jesus, meine Makuladegeneration zu heilen und meine Ohren wieder ganz gut hören zu lassen. Ich danke Ihnen für die Gebete. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die solche Probleme hat im Rücken, auch in den Augen und in den Ohren. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie rundum erneuerst, dass du eingreifst bei jedem einzelnen Problem, das sie hat, und dass du der Herr bist über jede Krankheit. Du bist mächtiger als jede Krankheitsmacht. Und wir danken dir, dass du da einfach eingreifst und dass du dein Heilungsstrom durch ihren Leib fließen lässt. Danke, Jesus, dass alles entmachtet ist in ihrem Leib, was nicht dahin gehört, und dass du sie berührst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Mutter schreibt uns Folgendes. Hallo, bitte beten Sie für meine Tochter. Sie hat viel Migräne und die Blutergebnisse zeigen eine Immunitätskrankheit und Borreliose. Beten Sie, dass alles schnell durch eine Behandlung verschwindet. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir, dass du diese Tochter kennst und dass du auch ihre Migräne kennst und auch diese Blutergebnisse, die nicht in Ordnung sind, auch die Borreliose. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst. Danke, dass du da wieder eine ganz normale Sache daraus entstehen lässt, so wie es in deiner Schöpfungsordnung du es vorgesehen hast. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Danke, Jesus, dass das alles verschwindet, die Borreliose und dass die Blutergebnisse wieder in Ordnung sind. Danke, Jesus. Und auch die Migräne hat kein Anrecht. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft. Amen. Amen. Ja, und schreib uns einfach dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Und die Infos sind wie immer eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Liebes Missionswerk, ich bitte um ein Gebet für meine Tochter. Sie hat einen Termin beim Urologen, dass die Untersuchungen gut verlaufen und nichts Ernstes ist. Sie hat immer wieder Blasenentzündung. Danke. Danke, Herr, dass du jetzt auch da bist mit dieser Frau. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass auch Herr diese Entzündung Heilung empfängt, dass das nicht was Chronisches ist, wieder irgendwas, wo immer wieder kommt. Und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, sei du der Berührer, der Heiler, auch von dieser Sache. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns auf WhatsApp, Liebe, es sollte lieber Daniel, ich bitte euch um Gebetsunterstützung. Seit Tagen habe ich sehr starke Unterleibsschmerzen. Alle Organe brennen wie Feuer. Ich habe Angst, ins Krankenhaus zu gehen, weil wegen Corona keine Besuche erlaubt sind. Ich weiß, dass Gott der größte Arzt ist und auch mir helfen kann. Ja, und dass auch Gott da die Angst wegnimmt, gerade in dieser Zeit. Oh, ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch wunderbar mit dieser Person bist. Herr, wir dürfen auch, Herr, dich um Heilung bitten. Herr, berühre du jedes Organ, das brennt, das nicht richtig funktionieren möchte. Und auch, Herr, das ganze Kopfkino legen wir dir hin. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du der Berührende bist. Herr, dass du der Heilende bist, auch gerade jetzt in dieser Situation. Ich danke dir dafür, dass du da hineinkommst. Aber, Herr, danke, Herr, dass wir auch all die Ärzte segnen dürfen. Herr, die jetzt eine Arbeit tun unter Umständen. Herr, die noch nie so da waren. Oh, Herr, schenk ihnen viel Weisheit. Lass sie wirklich auch Werkzeuge von dir sein, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir all diese Ärzte segnen dürfen. Danke. Amen. Amen. Viele Menschen schreiben uns, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Und da schreibt uns auch eine Frau, Ich hatte ein Fremdkörpergefühl im Auge, das trotz mehrerer Augenarztbesuche und Medikamentengabe nicht besser wurde. Da ich mit dem anderen Auge gar nichts sehe, war ich sehr besorgt. Vor der Gebetsnacht hatte ich Ihnen mein Gebetsanliegen mitgeteilt. Vielen Dank fürs Beten. Die Beschwerden sind weg. Ich kann wieder ohne Einschränkungen sehen. Und das ist doch wunderbar für diese Person. Gott hat mehr für uns, als wir bitten. Und da schreibt jemand, seit März bat ich immer wieder um Gebetsunterstützung. Meine Arbeitsstelle wurde abgebaut und ich suchte eine Teilzeitstelle an meinem Wohnort. Nun habe ich eine Stelle gefunden und Gott hat noch einen draufgesetzt. Ich habe einen freien Tag pro Woche, genau an dem sich mein Frauenkreis trifft. Diese Treffen sind mir so kostbar und ich bin dem Herrn und auch euch sehr dankbar. Auch für meinen Mann habt ihr gebetet. Er hat eine Darmentzündung und auch bei ihm wurde es besser. Wie schön, Gott kennt auch unsere Zeitpläne. Eine Frau aus Südentschland schreibt uns dies, Ich hatte seit dem Jahr 2000 schlimme Depressionen. Gott hat mich in der Gebetsnacht berührt. Ich war die ganze Zeit dabei. Es ist befreiend. Meine Tabletten, die ich seit 20 Jahren einnehme, konnte ich stark reduzieren. Vielen Dank für alle Gebete und jeden Brief, den ich von euch erhalten habe. Und eine Gebetserhöhung vom Gottesdienst, als wir in Hannover waren. Ich möchte euch von drei Gebetserhöhungen berichten. Die Erkrankung an der Magenschleimhaut bei meiner Tochter und bei mir ist besser geworden. Wir haben seit der letzten Gebetsnacht so gut wie keine Medikamente gebraucht. Ein Bekannter hat ein neues Medikament für die Nerven, das er besser verträgt. Seit Hannover und meinem Enkel zittert fast nicht mehr. Ja, ebenso seit Hannover. Und wir sind ja jedes Jahr in Hannover. Und dieses Jahr war es uns auch möglich, trotz der Corona-Zeit in Hannover zu sein. Ja, wie wunderbar, heute wieder diese Zeugnisse gehört zu haben. Hast du auch ein Zeugnis, wo du sagst, das möchte ich, dass das die Menschen hören, weil Gott bei mir eingegriffen hat? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Tipp des Tages. Wir hatten es heute von dem Frieden. Von dem Frieden, der nur von Gott kommt. Den Frieden, den wir gerade jetzt brauchen. Den Frieden, den wir speziell in dieser Adventszeit brauchen und ihn auch bekommen können. Nimm dir jetzt mal eine Zeit und danke wirklich Gott, dass er dich mit seinem Frieden füllt. Sei in Erwartung, dass so ein tiefer Friede in dich hineinkommt. Auch wenn du aufgeregt bist oder wie es bei uns so heißt, rabbelig bist, also ganz nervös bist. Und ja, der Friede Gottes möchte in dich hineinkommen. Nimm dir etwas Zeit. Danke Gott dafür. Und er wird es dir geben. Schick uns weiter deine Gebetsanliegen. Wenn du Sorgen oder Nöte hast, wir beten gerne für dich. Und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ich möchte dir wieder unsere Ermutigung der Woche empfehlen. Du kannst sie ankreuzen ganz unten auf unserer Webseite. Dann bekommst du per E-Mail jeden Montag eine Ermutigung der Woche, die dich stärken soll. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast auf YouTube, abonniere uns und du bekommst immer Nachricht, wenn wir was Neues für dich haben. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir gottesreichen Segen. Alles Gute. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Und da, wie du dir das geht? Bis zum nächsten Mal. Jetzt蔥 an dinner. Untertitelung des ZDF, 2020